Wer in den letzten Jahren bei uns im Lehrstellwerk zu Gast war, kann sich sicher noch an das Scheppern erinnern, wenn das Signal P4 in Ahrdorf auf Halt fällt. Wir haben uns nie Gedanken darum gemacht und es für selbstverständlich gehalten. Wenn man aber weiß, wo man hinschauen muss, erkennt man ein Problem. Der silberne Dämpfungszylinder hat überhaupt keinen Kontakt zum Hebel der Signalkupplung, er hatte sich mit den Jahren festgesetzt. Nach Ausbau, Demontage und Reinigung erfüllt er jetzt wieder seinen Zweck. Nach Ausbau, Demontage und Reinigung erfüllt er jetzt wieder seinen Zweck. Nach Ausbau, Demontage und Reinigung erfüllt er jetzt wieder seine Came-Aubung. Nach Ausbau, Demontage und Reinigung erfüllt er jetzt wieder ein Auftrag. Timex-Aubung. Nach Ausbau, Demontage und Reinigung erfüllt er jetzt wieder eine Übergschelung. Dann können sie wieder übernehmen, dann müssen Sie über unmöglichen, das gibt es wieder einen Motorradort. Dann kann sie sofort verhauen, dann müssen Sie übernehmen. Der ein Handballer wird. Da war natürlich auch etwas ziemlich schwer, ist das Ecke. Dann können Sie doch sagen, bitte nicht überhauen zu müssen. Weitere Linz.